yo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem mega nice kanal so heute ist der ehrlich gesagt weiß ich nicht wann das video online kommt aber es ist auf jeden fall neuer monat und das heißt es gibt ein neues giveaway weil jedes monat ein die weg kommt bei mir für die die mich noch nie abonniert haben mich nicht kennen könnt ihr wirklich merken einmal monatlich gibt es die weg so der preis für die ist also wie dieses giveaway für monat juli ist eine avp fever dream ist für platz 1 kostet so um die 9 euro momentan und platz 2 und 3 bekommt diesen monat sogar einen trostpreis sage ich mal sie macht so drei preise und das wäre ein key also ein schlüssel nur weiß ich noch nicht welchen könnte mir da wenn die kommentare schreiben dass ich den hals welchen schlüssel ihr am liebsten haben wollt und sonst ja wie gesagt platz 1 bekommt die avp platz 2 bekommt ein schlüssel und platz 3 bekommt auch einen schlüssel so wie könnt ihr teilnehmen also ihr müsst das video positiv bewerten daumen nach oben ist pflicht und ihr müsst kommentare schreiben ihr dürft doch wieder spamen also desto mehr kommentare ihr schreibt desto höher ist dann auch eure gewinn chance ich werde den gewinner dann wieder über einen random kommentare picken also über die webseite aber ihr solltet ihr also ihr wisst schon was ich meine für die die schon länger dabei sind kennen sich sowieso schon aus und ja sonst was dann eigentlich auch wieder mit dem video kurz und knackig also es falls jemand dabei ist der sich nicht auskennt schreibt mir die frage in die kommentare ich beantworte sie gerne oder liest einfach die kommentare durch vielleicht hat jemand schon mal diese frage gestellt das machen auch selten leute und dann bekomme ich immer dieselbe frage wenn ich einige male gestellt aber egal also daumen nach oben ist pflicht und kommentare schreiben ja und abonnenten meines kanals also ich vergiewehe nur skins an meine abonnenten aber das ist ja klar sage ich mal so sonst war es dann auch wieder mit dem video dann wünsche ich euch viel glück spamt ordentlich rein weil ich auch oft höre bzw diese hübsche wieder nicht gewonnen ja dann bemüht ich es liegt in euer handlbier gewinnt oder nicht bei diesem gewiss eigentlich ist ja gut dann sage ich auch gleich schon bis zum nächsten mal euer alex wiederum mache ich so seltsame hand bewegungen ich nehme nicht mit facecam auf ich huuuhren soll